So, herzlich willkommen aus meiner Küche. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut im Hintergrund, denn ich bin nicht nur gerade am Kochen, sondern ich wollte euch was zeigen. Ich habe nämlich bei Action so eine richtig coolen Vorratsboxen gekauft und die wollen wir jetzt kurz mal einräumen und das ganze Chaos war ein bisschen beseitiger. Also ich sag mal so, ich habe ja eigentlich schon mein Bestes gegeben. Ja, das Beste reicht manchmal nicht. Ich zeige mal hier die Schublade. So schaut sie aus. Ich drehe gleich nochmal die Kamera. Einen Moment. Ja, ich sag mal so, das soll eigentlich sortiert sein. Ich hatte mir von diesen Boxen hier einige gekauft. Ja, ihr seht, es sieht nicht aus. Es sieht einfach nicht aus. Ich habe das Video von Anna Johnson gesehen, da sah es anders aus. Ich habe übrigens die nach Augenmaß gekauft. Ich würde sonst noch welche nachkaufen, aber Leute, sagt euch mal, sagt mir mal bitte, wer hier ein Augenmaß hat. Genau, die habe ich einmal, also ein paar Mal in groß, vier Stück mitgenommen und vier in klein. Aber ich denke, da werde ich einiges schon mal unterkriegen. Genau, und dann kann diese komische Kiste hier mal weg. Da ist immer nur so Gedöns drin und viele andere Sachen. Dementsprechend würde ich sagen, räumen wir den ganzen Spaß mal aus und wieder ein. Die könnten auch bleiben, aber die sind halt noch mehr Augenmaß. Das ist wirklich so eine Minimalangelegenheit, dass das passt. Aber gut. So, ja, ich sag mal, so sieht das jetzt aus. Das ist so ungefähr fast alles, was an der Schublade war. Hier habe ich schon mal Papiermüll. Hier ist noch der Rest. Und Leute, wat ein Dreck, sag ich euch. Das wird erstmal sauber gemacht, würde ich behaupten. So, hier ist schon mal alles frisch gewischt. Jetzt werde ich erstmal die ganzen Schatullen, die ich hier habe, selbstverständlich einmal auswaschen. Also da, wo jetzt Sachen reinkommen, die verpackt sind, die nicht. Aber, naja, wenn ich da Nudeln oder so rein tue, sollte das schon mal ordentlich sein. So, den ganzen Kram werde ich gleich nochmal abwaschen. Ja, sorry, ich koche hier nebenbei. Also es ist ein absolutes Chaos hier in der Küche. Man muss ja die Zeit nutzen, wenn das Kind schläft. So, hier habe ich ein Stück Papier vergessen. Dann werden wir das mal trocken machen und schon mal einräumen. Oh Gott, ich seh da schon das Kind, dass es aufwacht. Also ich zeige euch mal die bittere Realität von mir. Hier ist schon mal das, was ich gerade gekocht habe. Also hier habe ich schon angefangen vorzukochen. So eine vegane Dinger. Reis. Hier koche ich gleich nochmal Nudeln. Dann mache ich hier eine Reispfanne mit Kokosmilch. Die steht hier schon mal ganz gut. Und der Brokkoli tault auch noch da hinten auf dafür. Und hier koche ich jetzt Nudeln, um noch einen Nudelauflauf vorzukochen. Und dann habe ich erstmal ein paar Tage was zu essen. Aber das gehört ja gar nicht zum Thema. Aber ich muss mir erstmal was überlegen. Weil es gibt ja so Dinge, so zum Beispiel so Mandeln, die ich ins Müsli mache. Da habe ich echt wenig von. Da war übrigens mal Kleber drin. Wow. Ob die Boxen nicht zu groß sind. Ich, ja. Ihr wisst, ne? Krass ist planlos. Okay, mein Horror ist eingetreten. Also die Dinger sind jetzt zwar trocken. Ich habe schon mal geguckt, wie man das stellt. Ich weiß nicht, eine große Box fehlt. Achso, ich weiß, wo sie ist. Die packe ich gleich nochmal da hin. Aber, so, wir haben jetzt ja so eine Schublade. Solche Konserven, ne? Und die braucht man ja immer mal. Also die brauchen auch irgendwie einen Platz. Und die wollte ich jetzt nicht so döschig in so eine Dose tun. Das finde ich dann auch irgendwie falsch. Da frage ich mich, was machen andere denn da? Aber ich habe ja hier noch solche Boxen. Aber das ist immer so, dass genau drei nicht nebeneinander passen. Deswegen bin ich mir unsicher. Ebenso finde ich das hier eigentlich mit den Leinsamen auch sehr praktisch und sowas. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Schlimmste ist eigentlich, ich muss definitiv nochmal zur Action. Weil die könnte man auch übereinander stapeln, müsste man eigentlich. Und, ja, ich weiß nicht. Schwierig. Ich fange einfach mal an. Also hier würde ich auf jeden Fall Nudeln und Reis reintun. Ja, und dann schaue ich mal weiter. So, ich probiere mich jetzt hier mal ein bisschen aus. Ich habe jetzt hier schon mal Nudeln. Also hier hatte ich jetzt eine 1000 Gramm Packung. Ist ungefähr die Hälfte drin. Also wird eine normale Nudelpackung da reinpassen. Da ich noch nicht so viele habe, wollte ich jetzt nicht zwei Dinger Nudeln machen. Aber, aber gut. Jetzt habe ich überlegt, hier erstmal Snacks zu machen, weil ich ja noch die runden Dinger habe. Die würde ich dann entsprechend mal austauschen. Genau. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Hier habe ich ja auch noch Snacks, aber ich will diese Tüten einfach nicht mehr haben. Sondern alles sehen, was ich habe. Hilfe. Hayır, es geht nicht mehr. Nein, mein Gott. Nein, ich schaute. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Da, da, da. Da, 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 da. Da, da, da. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Leute, ich bin ratlos. Ich würde es so gerne fertig haben, aber mir fehlen halt die Boxen. Ich habe das echt unterschätzt, wie groß diese Schublade ist. Und jetzt bin ich mir auch unsicher, ob ich jetzt sowas wie Seilstangen wirklich auspacken soll oder ob ich das Ding jetzt mal sauber mache und dann, ja, dort irgendwie noch geschlossene Dinge reintue. Dann habe ich hier noch so Spaghetti, wo ich nicht weiß, wohin. Und solche Sonnenblumenkerne oder so packe ich ja auch nicht aus. Und jetzt diese hier... Hm. Hm, 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 hm. Können wir mal ganz kurz festhalten, wie viel Müll man eigentlich hat? Alter Schweder. So sieht es jetzt aktuell aus. Also, ja, das ist jetzt dreimal Nudeln. Ich wollte das jetzt einfach alles unterbringen und zwar von da oben. Da habe ich jetzt noch Bulgur, so ein Reis, den mögen wir nicht so gerne und noch zweimal Nudeln. Das würde ich vielleicht als Vorratsschrank machen, bin ich mir aber noch nicht ganz sicher. Ja, auf jeden Fall finde ich das hier deutlich ordentlicher. Also, das sieht jetzt ein bisschen makaber aus, aber ich wollte mir generell noch mehr Trockenfrüchte bestellen. Die esse ich mir nämlich ziemlich gerne. Das passt jetzt so gar nicht rein. Das ist Kategorie Backen, aber muss ja auch irgendwo hin. Und gerade so Backpulver brauche ich irgendwie greifbar. Ähm, genau. Das sind jetzt Kindersnacks. Das ist ja im Endeffekt auch ein Kindersnack. Also, das ist hier so ein bisschen Snacks. Das, sage ich mal, sind Grundnagerungsmittel, Nudeln und Reis. Also, in Zukunft werde ich nur noch zweimal Nudeln haben. Einmal Bulgur, einmal Couscous. Ähm, genau. Hier ist jetzt aktuell noch Couscous drin. Und da sind noch so eine Croutons von Salat. Oh, die haben wir auch schon so lange. Irgendwie essen wir die so selten. Ja, jetzt habe ich hier so mein ganzes Müsli-Zeug. Da sind noch Schia-Samen, Leinsamen, all so ein Gedöns. Da gehe ich sowieso morgens die ganze Reihe durch. Da muss ich auch gar nicht wissen, was was ist, weil ich alles greife. Hier habe ich jetzt noch Kinderpopcorn. Das würde ich dann später hier noch als Snack machen. Also, hier werde ich noch welche nachkaufen. Aber fürs Erste finde ich es gar nicht mal so schlecht. Und den habe ich auch gekauft. Das hat nämlich sonst auch immer keinen Platz. Das kommt jetzt hier einfach nochmal mit rein. Passierte Tomaten und Oliven sind eigentlich die einzigen Konserven, die wir kaufen. Ganz selten mal Mais. Mit den Spaghetti muss ich schauen, ob die sonst da oben in meinem neuen Vorratsbereich einziehen oder nicht. Aber fürs Erste finde ich das hier, also die Hälfte, schon mal so viel ordentlicher. Und ja, wenn jemand auch einen Tipp hat für die Spaghetti oder so Grissini oder so ein Kram, sagt mir gerne mal Bescheid. Ich werde jetzt erst mal das Chaos bewältigen. Hier kocht auch immer noch mein Essen, beziehungsweise hier im Ofen. Oh, Hilfe! Also, so sieht es aus, wenn ich koche, ne, Kinder? Also, mal ganz nebenbei. Achso, und man beachtet das Restchaos von hier. Süßstoff brauchen wir nicht mehr. Honig essen wir eh nicht. Das ist hier alles vollgemüllt und eklig. Das ist die Verpackung. Ja, und was ich jetzt mit den Dingern mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht nehme ich sie am Sonntag mit auf den Flohmarkt. So, die Küche ist wieder eine Küche. Und so, ich würde sagen, das ist jetzt erst mal Teil 1 meines Umbaus. So schaut es aus. Mir ist auch noch aufgefallen, ich habe auch noch Müsli und so Gradola und so. Das wäre auch prädestiniert hierfür. Wie gesagt, ich muss definitiv noch mal hin, noch mal umbauen. Ich rechne mir jetzt aus, wie viel ich brauche. Ich würde das maximal noch zwei reinmachen, damit ich halt noch Platz für sowas habe. Es muss einfach irgendwo hin. Und ja, das ist erst mal das Ergebnis. So, ihr Lieben, neuer Tag, neues Glück. Ich habe mir noch mehr Boxen gekauft. Ich wasche die jetzt hier einmal in der Geschirrspüle schnell durch. Währenddessen werde ich hier noch mal was essen und so weiter. Und dann machen wir weiter mit den Schubladen. So, während das Kind schläft und die Geschirrspülmaschine gelaufen ist, habe ich hier noch mal meine Küche schick gemacht. Ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Das macht richtig was her mit den Bildern jetzt. Und jetzt geht's hier ab. So, einmal noch das Vorher vom Nachher. Ich werde jetzt die ganzen Dinger hier wieder ausräumen und das erst mal ordentlich stellen. Und dann schaue ich mir an, wo was hinkommt. So, okay, wow. Jetzt habe ich hier Platz. Allerdings noch ganz viel Zeug, wovon ich echt wenig habe. Was ich nicht immer nachfülle. Leinsam haben wir immer. Nüsse haben wir immer. Das auf jeden Fall. Nudeln werde ich auch nicht immer drei rein haben. Aber gut. Jetzt hätte ich auch noch Bulgur. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich mache jetzt hier die Snacks erst mal rein. Das Popcorn, was ich noch habe. Aber das ist halt auch so was, was man nicht immer braucht. Ich habe auch noch ein Müsli gefunden. Ich denke, das wird auch vielleicht in eine große Dose kommen. Mal schauen. So, Amelie ist mittlerweile auch aufgewacht. So schaut es aus. Wie findest du das? Gut. Ja, ne? Ja, hier gibt es einige Sachen, wie den schwarzen Reis, den ich nicht oft habe. Das würde ich verbrauchen, weil ich es nicht gerne mag. Dann wird das da rein noch kommen. Ah, Amelie hat sich gleich was gefunden. Wunderbar. Wie gesagt, die Nudeln werden hier noch reduziert. Aber so werde ich das jetzt erst mal lassen. Ich habe jetzt doch die Spaghetti hier noch mit hingequetscht. Und ja, sowas ist bei uns auch nicht häufig, dass wir sowas haben. Das war jetzt gerade bei Action mal. Ähm, ja. Und das sind aber so die Standards, die wir immer machen. Ja, ich mache das wieder zu. Kindersicher ist es nicht. Vielleicht wird das auch nochmal ausziehen und dann hier was anderes hinkommen. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ist aber cool. Mir gefällt es richtig, richtig gut. So ihr Lieben, die Kleine ist jetzt. Äh, ich bin super happy. Sortiere jetzt hier noch meine ganzen Boxen aus. Den Rest wasche ich vorher nochmal durch. Nehme das gegebenenfalls mit zum Flohback. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Äh, es hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin so happy. Endlich Ordnung da drin. Äh, ich könnte jede Schublade so haben. Ähm, ja. Ich verlinke euch hier nochmal in den letzten meinen Videos. Hier unten könnt ihr mich gerne abonnieren. Da würde ich mich super freuen. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.